Bist du rausgezogen oder kommt es so raus? Zomann-Professor Hagen, Brühe, Eiche Über die gleichen Autos, die irgendwie man vorgeschrieben ist, weil man das BMW ist und wenn sie nicht in der Vorfahrt gepachtet hätten Stimmt, hier saßt du mit der Beste an den Kameraden Wollen wir ruhig, wenn ich schaffe, ist es so aus Schöne oben, bitte mal packen Schöne Das gibt die Sicht Schöne oben Schöne oben Schöne oben Aber das geht jetzt Schöne oben Das ist nicht so. Nee, der hat nicht. Super, bitte. Super, bitte. Warte, lass mich noch rausfahren. Lass mich noch raus. Das ist nicht so. So, im Film dann irgendwann verblendet. Das ist für mich jetzt mal schön. Jetzt kann es sein.